Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Coaching Gemeinsam Echt Stark. Mein heutiger Gast ist eine sehr, sehr bunte und vielfältige Persönlichkeit. Sie passt in keine wirkliche Schublade rein. Sie hat ein ganz, ganz breit gefächertes Wissen und Interessensgebiet. Am Anfang erzählt sie uns direkt eine sehr, sehr spannende Geschichte. Darauf kannst du schon echt gespannt sein. Darauf kannst du dich freuen. Und wir schauen uns ganz allgemein das Thema Coaching an. Was es für sie heißt, wie sie herangeht, was ihre Herangehensweise ist, worauf sie Wert legt. Und sie verpackt das Ganze in eine sehr, sehr bildliche, einfache Sprache. Das heißt, komplexe Inhalte werden dir heute sehr einfach vermittelt. Und auch das Thema Endgegner. Warum du dein eigener größter Endgegner bist. Das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Viel Spaß! Mein heutiger Gast, sie passt in keine Schublade, denn sie ist bunt und vielfältig. Sie liebt das Reisen und war zum einen auf einer Weltreise und zum anderen war sie im Jahr 2000 auf dem Jakobsweg unterwegs. 400 Kilometer ist sie dort gelaufen. Und sie lebt Ausflüge. Sie hat einen kleinen Ausflug nach ihrem Abi ins Jurastudium gemacht. Hat dann gemerkt, das ist nichts für sie und hat dann weitergemacht mit BWL. Das hat sie auch abgeschlossen. Und sie hat sich grundsätzlich dafür zahlen interessiert, aber schon immer für den Menschen. Sie war schon immer engagiert für Azubis, Praktikanten, Diplomanten, hat sich für sie stark gemacht. Verbindungen zu Persönlichkeiten aus allen Schichten kann sie ganz schnell und einfach aufbauen. Sie ist zertifizierter Coach, Akasha-Chronik-Beraterin. Sie hat die Reiki-Ausbildung abgeschlossen, Grad 1 und 2 und macht aktuell eine Ausbildung zur psychologischen Beraterin. Im letzten Jahr hat sie sagenhafte 80 Coachings schon gegeben. Ihre Lieblingsfarben sind, wie man an ihren Lippen sieht, rot und grün. Was sehr, sehr spannend ist, da Rot und Grün für Wurzel- und Herzchakra stehen. Sie ist eine sehr, sehr gute Zuhörerin und Beobachterin. Also Fähigkeiten, die für einen Coach sehr wichtig sind. Dazu ist sie sehr intuitiv, emotional, feinfühlig und naturverbunden. Und wie es zu einer Verfolgungsjagd in Saigon mit einem fremden vietnamesischen Rollerfahrer gekommen ist. Das wird sie uns jetzt erzählen. Herzlich willkommen, liebe Anna-Kathrin Beck, liebe Ani. Hallo Benjamin, schön, dass ich heute bei dir sein darf. Ja, freut mich sehr. Nimm uns doch mal kurz mit auf die Reise nach Saigon. Ich crashe das Interview kurz. Du hast gesagt, ich wäre 2000 auf dem Jakobsweg gewesen. Fast nicht ganz, da wäre ich 10 Jahre alt gewesen. Es war 2020, also 20 Jahre später. Was eine, zwei ausmachen kann. Ja, Saigon. Ja, ich war unterwegs damals. Ich hatte so meine Handtasche über der Brust und den Glauben in Flipflops. Und plötzlich gab es einen tierischen Ruck. Und ich dachte mir, was ist das? Also ich habe so einen Schmerz gespürt, habe aber gar nicht realisiert, was passiert. Und in dem Moment stelle ich fest, hui, meine Handtasche ist weg. Meine Handtasche. Und in dem Moment realisierte ich, dass ein Rollerfahrer an mir vorbeigefahren ist und den quasi abgerissen haben muss. Und ich konnte noch sehen, wer das war. Oder das war ein Pärchen oder das waren zwei auf einem Roller. Und es kam mir vor mir eine halbe Ewigkeit. Aber ich muss trotzdem schnell reagiert haben. Also ich habe geschrieben, bin los, ran mit den Flipflops. Und habe irgendwie gesagt, meine Handtasche, meine Handtasche, meine Handtasche. Und plötzlich füllte sich die Straße mit ganz vielen Litamesen, kamen aus ihren Geschäften raus, haben das irgendwie auch realisiert, was da gerade passiert ist. Und ich habe einfach nur so zu Gott gefläht, Mann, bitte, ein Rollerfahrer soll jetzt bitte endlich anhalten. Und ja, ich hatte Glück. Also es hat tatsächlich ein Rollerfahrer angehalten. Ich bin ihm also dann entgegengerannt, habe mich auf den Roller geschwungen und habe nur so gezeigt, weil Englisch war, also hat er, glaube ich, nicht so verstanden. Aber allein, was da gerade vorgefahren ist, hat er nie mehr gestig. Am Ende braucht man international, versteht man sich auch darüber. Und ist mit mir losgefahren. Ich habe halt immer so eine Richtung angezeigt. Und plötzlich kamen wir auf eine riesengroße Straße, wo dann gefühlt noch eine Trilliarde andere Rollerfahrer sind. Und ich natürlich keinen Überblick mehr hatte darüber, wer das ist. Und dann dachte ich, okay, jetzt ist alles vorbei. Handtasche ist weg. Weil das Wichtige, was da drin war, war mein Handy. Und nicht das Handy hatte den Wert, sondern die mehreren tausend Fotos der Weltreise, weil das während der Weltreise passiert ist. Und ja, irgendwann fuhr er mich an der Kreuzung und dann war da Vizai. Und der hat den Polizisten dann wahrscheinlich auf vietnamesisch erzählt, was da vorgefallen ist. Und dann bin ich auf den nächsten Roller gehüpft, auf den des Polizisten. Und ich dachte, oh Gott, wo fährt der jetzt mit mir hin? Ich dachte ja, der bringt mich wieder zurück. Nein, er fuhr mich dann zu so einer Polizeiwache. Es war eine größere Halle. Und da gab es einen Polizisten, der Englisch sprechen konnte. Und mit dem habe ich dann darüber geredet, was passiert ist, was vorgefallen ist. Und habe denen das so ein bisschen aufgezeichnet. Und in dem Moment, also etwa zwei Minuten später, kommt ein vietnamesischer Bürger, Passant, wie auch immer, in dieses Revier rein und hat meine Handtasche in der Hand. Und ich dachte mir, das kann gar nicht wahr sein. Das ist doch jetzt, das ist nicht möglich. Also ich war total, ich war so dankbar. Und ich dachte mir so, eigentlich muss ich jetzt Lotto spielen, weil das ist quasi unmöglich. Also es sind mehrere Millionen Rollerfahrer. Und da siehst du es wieder, da kommt der Daumen. Das kennen wir ja auch. Ich habe hier nichts gedrückt. Das ist Magic. Danke, wer auch immer mir das Zeichen gerade geschickt hat. Ja, also das war Magie. Das war ein Wunder. Weil bei so vielen Millionen Einwohnern, bei so vielen Rollerfahrern. In Saigon hat, glaube ich, jeder Bewohner um die drei Roller. Und auch genau das zu dieser Zeit, an diesem Ort, an dieser Mensch kommt und mir die Tasche bringt. Und das war alles da. Das war einfach Wahnsinn. Ja, ich glaube, jeder hat dir so ein Bild im Kopf, wie es im asiatischen Raum aussehen kann, wenn er nicht in Saigon oder irgendwo war. Der hat auf jeden Fall Bilder im Kopf, wie viele Rollerfahrer auf einer Straße unterwegs sind. Dass du da den Überblick verlierst, wenn einer vorbeirast und dann weg ist. Absolut verständlich. Und dass dann jemand mit deiner Handtasche in ein Polizeirevier kommt, was ja gar nicht wahrscheinlich in dem Gebiet war, sondern irgendwie noch ein paar Meter weg. In dem Moment, in dem du da drin bist und dir deine Handtasche bringt. Und dein Handy war drin? Ja, ja, das Handy war drin. Das war ja so krass. Es war alles. Also klar, die Tasche war zerrissen, aber es war alles drin. Also Bargeld oder so, das hatte ich nicht. Wäre mir aber auch eh scheißegal gewesen. Es ging nur um die Bilder, die da drauf waren. Also um die Momente, die ich quasi damit eingesammelt hatte. Weil davor waren schon mehrere Monate vergangen während der Reise. Und es waren mindestens 30.000 Bilder, die da schon drauf waren. Ja. Ja, Wahnsinn. Und wie du gerade schon sagst, das Geld war gar nicht so wichtig. Auch wenn es jetzt vielleicht die halbe Urlaubskasse gewesen wäre, entscheidender für dich war in dem Moment wirklich die Erinnerung. Ja. Die Fotos. Und das spiegelt sich ja auch irgendwo in deinem Werdegang wieder. Du hast mit Zahlen zu tun gehabt, BWL. Du hast auch in dem Bereich gearbeitet. Und jetzt geht es ganz, ganz stark um den Menschen. Der Mensch ist im Fokus. Der Mensch ist im Vordergrund. Du hast ja auch, wie ich eben schon gesagt habe, mehrere Ausbildungen gemacht. Mehrere Ausbildungen, die zusammenpassen. Also nichts, was jetzt komplett verschieden ist. Sondern alles geht um den Menschen. Es geht um den Menschen einfach. Warum hast du dich dafür entschieden? Was ist der Grund, warum du diese Ausbildung gemacht hast? Warum du Coach bist? Ja, also wie du es ja schon gesagt hast, letztendlich habe ich eigentlich, egal in welcher Station meines Lebens, habe ich irgendwie immer so mit Menschen zusammengearbeitet. Den Menschen fiel es immer leicht, sich mir anzuvertrauen. Ich habe oft Potenziale in Menschen erkannt und habe sie da gefördert, habe sie darin unterstützt. Und das war alles immer sehr intuitiv. Also, dass ich da, ja, einfach so, weil ich so bin, wie ich bin, Dinge weitergegeben habe. Und habe das auch gespürt. Und irgendwann war dann der Punkt, ja, dass ich immer mehr gemerkt habe, dass das halt einer meiner größten Stärken ist. Es wurde mir auch wieder gespiegelt, immer wieder von Vorgesetzten, Anni, du bist super empathisch, du kannst super mit den Kollegen umgehen. Einer meiner Chefs hat auch immer gesagt, ja, geht zur Anni. Wenn ihr ein Thema habt, ihr könnt es nicht mit mir klären, dann besprecht es mit ihr. Sie geht damit vertrauensvoll um und filtert das und gibt es auch an mich zurück, dass ich irgendwo agieren kann. Also, das waren immer, ja, es war immer so, dass, ich würde auch schon sagen, als kleines Kind, da habe ich schon auch mit den Erwachsenen so, ja, wie so ein kleiner Berater oder, naja, so, konnte ich schon gut zuhören und so. Aber es hat sich alles so vor deinen ganzen Ausbildungen schon kristallisiert. Das war alles schon vorher. Ja, das war schon, das war eigentlich schon immer da. Ich habe mir das, glaube ich, nicht so erlaubt. Ich muss sagen, ich war dann schon noch sehr verstandsgetrieben oder, sage ich mal, durch so diesen Leistungsdruck, der uns so von der Gesellschaft suggeriert wird, habe ich damals tatsächlich so vernunftsmäßig entschieden. Da habe ich geschaut, okay, was wird denn auf dem Arbeitsmarkt gebraucht? Womit kann ich meinen Lebensunterhalt beschreiten? Und habe mich halt dann eben für so ein betriebswirtschaftliches Studium entschieden. Habe mich da auch vertieft in einer Richtung, die schon auch männerdominiert ist. Und bin davon ausgegangen, okay, ich meine, jeder kennt das Frauenquote. Dann habe ich vielleicht als Frau bessere Chancen auch noch in dem Bereich. Und im Nachhinein habe ich dann gemerkt, ja, aber das ist gar nicht, also ich bin super dankbar, dass ich das alles gemacht habe. Und das ist so wertvoll, weil dadurch habe ich so viele wahnsinnig tolle Menschen kennengelernt. Und das hat mich ja auch geprägt und weitergebracht. Und ich hatte die Möglichkeit, in die verschiedensten Bereiche Einblicke zu gewinnen. Aber es hat mich, es hat mir trotzdem gezeigt, hm, es ist aber eigentlich nicht das, was mich glücklich macht. Da kommt es wieder. Das ist wieder. Aber scheinbar ist alles richtig. Dein Weg war wohl der richtige. Aber hätte ich die Erfahrung nicht gemacht, hätte ich nicht sehen können, dass mich Menschen so faszinieren. Ich hätte wahrscheinlich nie diesen Einblick gehabt. Und dann kam Corona. Das hat, glaube ich, unheimlich viele Menschen getroffen. Und es hat bei mir auch nochmal ein Umdenken angeregt. Also auch schon davor ist etwas sehr Einschneidendes in meinem Leben passiert, was mich nochmal zum Umdenken veranlasst hat. Aber in der Zeit von Corona bin ich umgezogen zurück in meine Heimat, nach Leipzig. Und war da auch in Kurzarbeit. Und habe da einfach gemerkt, nee, du machst das jetzt. Du guckst, guckst, was es gibt am Markt, im Bereich Coaching. Weil ich hatte damals schon mit einem meiner Kollegen gesprochen, der hat irgendwann gesagt, nee, was möchtest du machen? Warum? So, weil ich, er war gerade auf dem Weg dahin, sich vielleicht für eine andere Stelle zu wärm. Ich habe gesagt, mach das auf jeden Fall. Du bist hier völlig, also du hast viel mehr Potenzial als das, was du hier ausleben kannst. Und er hat mich dann gefragt, was willst du machen? Und ich so, ja, ich glaube, Coaching. Und da hatte ich das das erste Mal laut ausgesprochen. Und dann, wie gesagt, in der Corona-Zeit hatte ich dann deutlich viel mehr Zeit durch diese Kurzarbeit. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt. Ich mache das und ich habe es gemacht. Und das war das Beste, was ich tun konnte. Weil ich da nochmal darin bestätigt wurde, was ich tue. Also, dass das eigentlich schon immer da war, das ist super intuitiv. Alles schon in mir vorhanden war. Und jetzt konnte ich es halt noch mit bestimmten Methodiken unterlegen und stärken. Und ja, also es ist so. Ja, ich bin dankbar, dass ich den Schritt gegangen bin. Und auch jetzt gerade so in diesem psychologischen Berater merke ich so oft Dinge, wo ich so denke, aha, das ist eine Methode. Das mache ich ganz intuitiv mein Leben lang schon so. Und das ist, das zeigt mir immer wieder, okay, Anni, das ist jetzt so der richtige Weg, den du gegangen bist. Kurzer Break, denn ich habe dir was mitgebracht. Ich habe dir die heutige Folge und allgemein das Thema Coaching, Coaching-Ausbildung in einer PDF zusammengefasst. Der PDF kannst du dir kostenlos runterladen. Hier unten in der Beschreibung, in den Shownotes, in der Videobeschreibung findest du den Link. Kannst du draufklicken, kriegst kostenlos das PDF zur Verfügung gestellt. Und jetzt viel Spaß weiterhin bei der Folge. Sehr spannend. Also es gab, wie du gesagt hast, so ein einschneidendes Erlebnis, was dich auch zum Umdenken nochmal angeregt hat. Dann kam das Thema Corona dazu und dann war das Umdenken ja sehr, sehr präsent. Und wie eben schon gesagt, du hast im letzten Jahr rund 80 Coachings gegeben. Vielleicht waren es 85, vielleicht waren es 90. Es gibt ja keine Strichlisten, die du da führst. Ja, aber ich habe tatsächlich extra mal so ein bisschen nachgeguckt von den Aufzeichnungen, die du noch hattest. Und es kommt so gut hin. Da hast du also schon eine sehr, sehr große Erfahrung gesammelt und da auch wahrscheinlich schon für dich erfahren, worauf es dir ankommt im Coaching. Also was heißt denn für dich Coaching, für dich als Coach? Also für mich ist Coaching oder es gibt ja so viele Begrifflichkeiten da draußen. Für mich ist es immer so eine, die Grenzen sind da so fließend. Das, was ich mache, würde ich auch eher so als Coaching, Beratung, vielleicht auch ein bisschen Mentoring betrachten. So das reine Coaching ist für mich halt unheimlich jemand, der Fragen stellt. Ganz viele Fragen, um, sag ich mal, den Klienten zu den Kern zu bringen, worum es eigentlich geht. Was ist gerade die Essenz meines Problemes? Und durch dieses neugierige Nachfragen kommt er selbst zu einer Erkenntnis. Letztendlich ist Coaching eigentlich die Hilfe zur Selbsthilfe. Weil der Klient bzw. Coach, die trägt eigentlich den Schlüssel in sich. Also der ist mit allem ausgestattet, was er braucht. Und er kennt die Antwort, nicht der Coach kennt die Antwort, nur der Klient selbst kennt die Antwort. Der Coach ist letztendlich eigentlich nur so der Kutschfahrer, der den Klienten von A nach B bringt. Und ihn dabei unterstützt, vielleicht auch seine blinden Flecke zu entdecken. Wo er selbst so nicht rankommt oder zumindest deutlich schwieriger rankommt. Also der Coach, um das jetzt in der Kutschsprache nochmal gerade aufzugreifen, der Coach kennt den Weg, aber wo es hingeht, das Ziel, das kennt nur der Klient, der Coach. Genau. Du kannst als Coach den Weg fahren, du kannst ihn auf dem Weg begleiten, lenken, aber wo es hingeht, das weiß der Coach nie. Genau, also der Coach sagt dann zum Beispiel, ah jetzt links abbiegen, dann geht der Coach mit und wir biegen links ab. Weil der Coach versucht ja auch, oder ich als Coach versuche ja auch unvoreingenommen, den Menschen den Raum zu geben und einfach zu sein. Ich versuche wirklich bewertungsfrei reinzugehen und als wäre das ein unbeschriebenes Blatt, was ich noch nicht kenne, zu mir kommen. Dass der dann alles von sich geben kann. Und da fließt halt trotzdem halt auch immer noch eine gewisse Form auch von Beratung mit ein, wo man, das ergibt sich aber immer aus dem Gespräch. Für mich ist halt auch Coaching, Beratung, das ist halt nicht nur 815, das ist halt wirklich immer klientenzentriert. Also wirklich, der Mensch steht im Fokus und es geht um ihn. Und dann kann es halt, je nachdem wie es passt, manchmal fragt auch der Klient, ja, hast du eine Empfehlung für mich? Dann ist es eher eine Beratung, dann gibt man ihm einen Rat oder eine Empfehlung, Möglichkeiten, eröffnet Möglichkeiten. Manchmal sieht der Mensch vor lauter Bäumen den Wald nicht. Ist das richtig rum? Worum ist richtig, ja. Und da kann es dann eben hilfreich sein, wenn der Gegenüber das wünscht, dass man da einmal sagt, hier, guck mal, es gibt vielleicht diese Lösungsmöglichkeit, es gäbe dieses, es gäbe jenes. Schau, was sich für dich am besten anfühlt und probier es einfach mal aus, ja, einfach Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Am Anfang hast du jetzt, hast du noch gesagt, den wahren Grund zu erfragen, worum es da wirklich geht. Jetzt nur mal so ganz theoretisch, ich komme jetzt zu dir und sage, hey, ich habe ein Problem mit XYZ, vielleicht in meiner Partnerschaft oder ich ziehe immer die falschen Partner an. Dann habe ich doch das Problem doch schon genannt. Ja, vermeintlich hast du es gesagt, das ist oft aber dann das Thema, was erstmal so an der Oberfläche ist. Wenn du jetzt ein Thema mit deinem Chef beispielsweise hast, wäre jetzt erstmal herauszufinden, ja, was ist denn da genau vorgefallen, was waren das für Rahmenbedingungen? Und dann wieder herauszufinden, okay, was an dem Chef hat dich denn getriggert? Also was ist denn eigentlich der Auslöser? Also es ist ja nicht einfach, ich stelle einen Menschen und der ist jetzt doof und das ist jetzt mein Problem. Ja, aber warum ist denn der blöd? Also was sind deine Knöpfe, die dieser andere Mensch bei dir drückt? Und ganz oft haben diese Personen im Erwachsenenalter eigentlich nur eine Symbolfunktion. Oft stehen die eigentlich für Menschen und Erfahrungen, die wir in unserer Kindheit oder in unserem jüngeren Leben erlebt haben. Weil gerade im Alter von 0 bis 6, 7 Jahren machen wir die meisten Erfahrungen, werden extrem geprägt, es werden Glaubenssätze, also es entstehen Glaubenssätze, die dann ein Erwachsener bis ins Erwachsene Alter mit sich trägt. Und dann werden sozusagen neue Spielfiguren, sage ich mal, auf dem Schachdrett, tauchen dann auf und die klopfen dann halt bei dir an und öffnen nochmal die Wunde, die dann vielleicht in der Vergangenheit tatsächlich entstanden ist. Der Klient sich aber nicht erklären kann, weil es bei Ex-Kind sind wir nicht in der Lage zum Beispiel, oder wissen wir gar nicht, wie wir mit Emotionen umgehen. Beziehungsweise sein Kind interpretiert auch so viele Dinge auf die verschiedensten Weisen und das prägt sich eben bei dem Kind und dann bei dem Erwachsenen ein. Und erst als Erwachsene haben wir dann die Chance, das letztendlich aufzulösen. Wir sind noch nicht so weit, dass die Gesellschaft so ist, dass sozusagen keine Konditionierung, dass keine Glaubenssätze entstehen. Also da ist die Erziehung halt auch noch, also sage ich mal, in den Kinderschuhen, dass man da vielleicht auch anders mit den Kindern umgeht. Und solange das jetzt, wie wir oder alle die Generationen, die jetzt so in unserem Umfeld sind, die werden einfach ganz viel aus der Vergangenheit mitgenommen haben. Also, wenn ich jetzt zu dir komme mit diesem Thema, du hast eben das Beispiel mit dem Chef genannt und ich sage zu dir, hey, ich komme meinem Chef nicht klar, dann ist das für mich erstmal das Problem, aber ich selbst erkenne den Auslöser gar nicht. Das heißt, du als Coach gehst ja mit mir zu dem wahren Auslöser, zu der Ursache. Genau. Das Symptom ist erstmal, ich komme meinem Chef nicht klar und dann geht es darum, warum geht es wirklich? Geht es darum, dass es dein Chef ist oder hast du eine Erfahrung als Kind gemacht, dass du mit autoritären Persönlichkeiten aneinander gestoßen bist, was auch immer. Also da geht es dann als Coach im Coaching darum, wir gehen eine Schippe tiefer und noch eine Schippe tiefer und noch eine Schippe tiefer, die du, ich sage mal, ohne Coach sehr wahrscheinlich gar nicht wahrnehmen kannst. Weil das die blinden Flecke sind, die du eben gesagt hast. Es gibt so blinde Flecke, die wir selbst nicht sehen.